Hallo zusammen, ich hier ist wieder Outschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset. Und zwar wollte ich euch heute wieder ein paar Essenzen zeigen auf dem PTR zu Patch 8.3, und zwar diesmal die von den Heilern. Ich hatte euch ja schon die Tank-Essenzen gezeigt und die DD-Essenzen, jetzt sind es die letzten zwei bzw. drei, die uns noch fehlen. Und dazu können wir gleich mal reingucken, welche noch ausstehen. Und wir haben nämlich hier einmal Geist der Bewahrung und wenn wir diese einsetzen oder diese wählen, können wir als große Macht folgende Fähigkeit bekommen. Und zwar kanonisiert ein Energiestrahl auf einen Verbündeten und heilt ihn im Verlauf von 2,6 Sekunden um 157.000 Gesundheit, was schon recht gut ist. Und als passive Essenz haben wir die Fähigkeit, erhält alle 5 Sekunden ergebender Geist, wodurch euer nächstes Einsetzen von Nachwachsen, wahrscheinlich hier dann bei anderen Heilern andere Main-Heilspace, um zusätzlich 2300 Gesundheit heilt, bis zu dreimal stapelbar. Ganz nett, als Main-Ding eine Minute Abklingzeiten, ein Strahl mit einem Haufen Heilung und dann als geringes, ein passiven Effekt, wo man ein bisschen die Heilung hochstecken kann. Jetzt können wir mal gucken, wo das Ding her ist. Und zwar bekommen wir das von einer Quest aus dem Tal der Ewigen Blüten. Hier ist es auch wieder so, dass man die Questreihe einmal hochbasteln muss und dann gibt es die über die verschiedenen Rufstufen, die höheren Essenzen bei der jeweiligen Ruf-Fraktion. Da gibt es ja zwei einmal im Tal und einmal quasi in Uldum. Zusätzlich kriegen wir hier noch 10 Verderbniswiderstand, wie bei allen neuen Essenzen. Also sprich, wahrscheinlich muss man allein für den Verderbniswiderstand eine von den neuen Essenzen reinbasteln. Auch zu der Essenz habe ich mir natürlich schon die höhere Variante geholt. Die kann man sich ja auf dem PTR zum Glück einfach kaufen. Und zwar haben wir die hier. Und das ist die Stufe 3 Essenz. Wenn wir die einsetzen, kanalisieren wir auch wieder einen Energiestrahl auf dem Verbündeten. Auch wieder 2,6 Sekunden. Und ja, das heilt auch 57.000 Gesundheit. Und dann haben wir bis zu sechs andere Verbündete im Strahl werden alle 0,5 Sekunden um 2600 geheilt. Also sprich, da haben wir nicht nur den Strahl auf den einen Verbündeten, sondern alle anderen, die da noch drinstehen, kriegen auch nochmal ein bisschen Heilung ab. Und das ist, denke ich, mal eine ganz nette Sache in Red, wo man so ein bisschen eh heilen kann damit. Dann haben wir noch einen weiteren Effekt. Immer wenn Geist der Bewahrung das Primärziel heilt, erhält ihr einen Stapel von ergebener Geist. Und ergebener Geist ist quasi der passive Effekt, den wir uns hochstecken können. Auch der ist hier wieder gleich. Und zwar ist der jetzt aber öfter stapelbar. Hier sehen wir, kriegen wir den Stapel bis zu fünfmal. Bei der ersten Essenz waren es hier nur drei Stapel, die wir hochstecken können. Und zusätzlich haben wir dann noch einen weiteren passiven Effekt. Jeder verbrauchte Stapel von ergebener Geist erhöht die kritische Trefferwertung eures nächsten Einsatzes von Nachwachsen innerhalb von sechs Sekunden um 20 Prozent. Ich denke mal, ist eine relativ solide Sache. Das können wir jetzt hier einmal reinbasteln. Und es dann auch tatsächlich einmal einsetzen. So, mit meiner Geist haben wir hier. Jetzt stelle ich mich mal so hin, dass vielleicht die im Strahl stehen müssten. Okay, jetzt läuft er halt weg. Bleib stehen. Okay, ich glaube, der will nicht stehen bleiben. Wir setzen jetzt mal den Strahl ein. Ihr seht das, haben wir den Strahl. Und da haben wir dann auch die Stacks. Mein nächster Einsatz von Nachwachsen heilt zusätzlich um 11.900. Also mit dem Strahl kriegen wir relativ schnell den Stack hoch. Dann können wir jetzt mal Nachwachsen einsetzen. Und das heilt jetzt quasi dann nochmal zusätzlich was. Und ihr seht, hier haben wir schon wieder den Effekt drauf gehabt, dass man quasi mit Nachwachsen mehr heilt. Beziehungsweise es war auch eben der Krit-Effekt drauf, dass wir mal 20 Prozent mehr eine kritische Trefferwertung haben. Steckt sogar auch hoch. 40 haben wir jetzt sogar. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz nette Essenz. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste an. Und zwar Unnachgiebiger Schutz heißt die. Und da haben wir als große Macht drin. In sendet zwölf Schutzphären, die sich 3,5 Sekunden lang nach außen bewegen. Der erste von ihnen getroffene Verbündete erhält ein Schild, der 10 Sekunden lang 28.000 Schaden absolviert. Oh, ich mag tatsächlich Absorb-Effekte. Aber das Ding hat halt drei Minuten Abklingzeit, was tatsächlich relativ viel ist. Und was haben wir als nächstes, als Passiven? Verbündete innerhalb von 15 Meter erhalten 10 Sekunden lang ein Schild, der 2.000 Schaden absorbiert. Dieser Effekt ist bis zu 15,274 Mal Stap... Okay, wie kann man denn 15,2... Ja gut, egal. Auf jeden Fall 15 und ein bisschen was stapelbar. Interessant. Zusätzlich gibt es natürlich auch wieder 10 Verderbniswiderstand. Unterhalten tut man es über Visions von Enzod. Und dadurch, dass man quasi immer schön Thrall und Alaria, also die Endbosse, unboxt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir auch die Rang 3 Sens dazu an. Also die ein bisschen größere. Und da haben wir dann selben Effekt. Auch wieder drei Minuten Abklingzeit bei der großen Macht. In sendet zwölf Schutzphären, die sich 3,5 Sekunden lang nach außen bewegen. Der erste von ihnen getroffenen Verbündete hält ein Schild, der 10 Sekunden lang 28.000 Schaden absorbiert. Ich glaube, das war derselbe Wert, oder? Ja, da hat sich nichts geändert. Jedes Mal, wenn ihr eine Schutzphäre in sendet, erhaltet ihr ein Absorb-Schild in Höhe von 2% eurer maximalen Gesundheit. Das ist nett. Wenn ein Verbündeter den Absorb-Schild erhält, werdet ihr und eure Verbündeter um 6.000 Gesundheit gehalten. Das ist auch nett. Und der passive Effekt bleibt anscheinend gleich, bloß, dass das 15, irgendwas mal durch 18, irgendwas mal ersetzt wird. Okay. Und dann haben wir noch von unnachgiebiger Schutz geschützte Ziele erhalten 3% weniger Schaden. Und das ist tatsächlich für Tanks relativ praktisch. Also wenn das ein Tank abbekommt, 3% weniger Schaden zu fressen ist eine nette Angelegenheit. Ich würde sagen, wir setzen das einmal ein und benutzen es dann auch gleich. Und nachgiebiger Schutz. Und dann stellen wir uns jetzt einfach mal hier hin und schauen mal, wie das mit diesen Schutzsphären aussieht. Warte, wenn wir mal rausziehen. So. Jetzt gibt es hier so ein paar Sphären. Ah ja. Wie kann man da reinlaufen? Ach, der hat jetzt hier schon ein Schild abgekriegt, ne? 5.000... Uh, aber 57.000 Schaden. Das hat schon ein bisschen was absorbiert. Ja, also schaut nicht schlecht aus. Ich habe jetzt auch nochmal das Schild drauf bekommen. Und zusätzlich nochmal 3% weniger Schaden. Scheint ganz nett zu sein. Ähm. Ist bestimmt auch ganz gut, wenn halt viele Leute nah beieinander stehen. Weil die sind jetzt nicht so weit auseinander. Also wenn jetzt einer da hinten steht, kriegt er sie nicht ab. Aber wenn man relativ nah zusammensteht, scheint das eine ganz gute Sache zu sein. Und der Effekt ist auch relativ schön, muss ich sagen. Äh, das letzte, was wir uns jetzt nur angucken können, ist hier die formlose Lehre. Und das ist eine Essenz, die quasi alle Spezialisierungen haben. Also die kann wirklich jeder bekommen. Tank, Highlight, Idee. Die hatte ich auch in den anderen beiden schon erklärt. Und im Groben funktioniert das so, dass wir, wenn wir uns quasi als Main-Essenz reinsetzen, eine Fähigkeit von einem anderen Spieler duplizieren können. Eine Artefaktfähigkeit, beziehungsweise eine von dem Herz von Azeroth. Also die Main-Fähigkeit duplizieren wir. Ich kann mir jetzt zum Beispiel den Wächter von dem DD holen. Und das einzige Problem ist, ich kriege zwar die Main-Fähigkeit, die kann ich dann einsetzen innerhalb von einem 20- oder 15-Sekunden-Rahmen. Habe dann aber das Problem, dass die Abklingzeit dieser Fähigkeit, wenn die drei Minuten lang ist zum Beispiel, dann ist die aber 30% länger, also knappe vier Minuten dann. Heißt, wenn ich jetzt das Ding einsetzen will und eine Fähigkeit von einem anderen Heiler nehme, ist das wahrscheinlich ziemlich sinnlos. Will ich aber eine Fähigkeit, die eigentlich nur ein Tank haben kann oder ein DD, kann das ziemlich nützlich sein tatsächlich. Und als Passives haben wir dann noch einen Bonus von Int, beziehungsweise Tempo, der 20 Sekunden lang hält, wenn irgendein anderer Verbündeter eine Artefaktfähigkeit einsetzt. Heißt, im Raid werdet ihr den wahrscheinlich ständig oben haben, beziehungsweise, wenn ihr die Rang-3-Essenz habt, dann ist es sogar so, dass andere Spieler, die eine Artefaktfähigkeit einsetzen, noch zusätzlich 20 Sekunden 94 Tempo erhalten. Zusätzlich gibt es auch wieder diesen Verderbniswiderstand, den man hier durch alle neue Essenzen hinkriegt. Und erhalten können wir diese Essenz aus dem Nialothar Raid. Da ist es so, dass man wieder so Schriftrollen in dem Fall jetzt sammeln kann. Und wenn man die kombiniert, kriegt man dann irgendwann Rang 1, dann werden wir mehr kombiniert Rang 2, noch mehr Rang 3 und für die letzten, den Rang 4, muss man dann quasi entzaut den Mythic-Modus unboxen und kann da den Loot dann quasi rausziehen, um die Legendary-Essenz zu kriegen. Ja, das waren soweit die Essenzen, die man jetzt mit 8.3 sicher spielen kann. Wie gesagt, wenn euch die anderen Essenzen noch interessieren von DDs beziehungsweise Tanks, dann schaut in die anderen beiden Videos rein und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Essenzen haltet. Denkt immer dran, dass das alles noch PTR stand, da kann sich noch einiges ändern und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao!